Deutschland hat einen der höchsten Spritpreise in Europa. Aber wofür zahlen wir da eigentlich genau? Schauen wir uns das mal für einen Liter Benzin an, der hier im Beispiel 2,20 Euro kostet. Dass wir besonders viel für Sprit zahlen, liegt vor allem an den vergleichsweise hohen Steuern. Die wichtigste davon, die Energiesteuer. Beim Benzin liegt die fix bei 65 Cent pro Liter, egal wie viel der Sprit an sich gerade kostet. Die Energiesteuer macht bei der Preiszusammensetzung auch den größten Unterschied zwischen Benzin und Diesel aus. Beim Diesel liegt die Steuer bei 47 Cent pro Liter. Beide Werte sind seit 2003 gleich geblieben. Insgesamt fließen durch die Energiesteuer jedes Jahr rund 40 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt. Die Mehrwertsteuer dagegen wird prozentual auf den Verkaufspreis aufgeschlagen. Wenn der steigt, zahlt man pro Liter also auch mehr an den Staat. Daneben gibt es noch zwei weitere Abgaben. Zum einen die CO2-Abgabe. Die macht beim Benzin etwa 8 Cent pro Liter aus und fließt in einen Fonds, der die Energiewende fördern soll. Und dann ist da noch der Beitrag an den Erdölbevorratungsverband. Rund 0,3 Cent. Die restlichen Kosten lassen sich nur grob aufschlüsseln. Am teuersten ist das Rohöl an sich, aus dem der Kraftstoff hergestellt wird. Dazu kommen die Verarbeitungskosten und die Gewinne der Raffinerien. Und schließlich die Kosten für Vertrieb und Transport. Bei den Tankstellen bleibt nur ein kleiner Teil hängen. Aral zum Beispiel gibt als Ziel 1 bis 2 Cent Gewinn pro Liter an. Und warum schwanken die Spritpreise oft so stark? Dafür gibt es mehrere Gründe. Großen Einfluss hat der Rohölpreis. Politische Krisen, Kriege oder auch Naturkatastrophen, lassen den schnell mal hochschnellen. Aber auch die generelle Nachfrage und das Angebot auf dem Ölmarkt sind wichtige Faktoren. Vor allem die Raffinerien der Mineralölkonzerne profitieren davon, wenn das Angebot knapp und die Nachfrage hoch ist. Dann können sie entsprechend viel Geld für ihre Kraftstoffe verlangen. Außerdem wichtig der Dollarkurs. Denn Öl wird fast nur in US-Dollar gehandelt. Wenn der Dollar im Vergleich zum Euro teurer wird, steigen bei uns oft auch die Spritpreise. Und selbst im Tagesverlauf können die Spritpreise stark schwanken. Mit diesen Preissprüngen wollen die Mineralölkonzerne ihren Gewinn ankurbeln. Am günstigsten tankt man in der Regel am Abend.